Das ist ja nicht mein Schatz. Ui, die Kugel. So, wer hat sich jetzt die Christbaumkugel geholt? Ah, ihr Lomben. Der Elex hat die Christbaumkugel, der eigentlich schon immer die Wette haben will, gell? Wo ist der Ewan? Der Ewan hat eine Röhre gefunden. Jetzt, Achtung, jetzt kommt die Kugel. Achtung. Wo ist die Kugel? Nein, die Kugel. Ich will die Kugel nicht. Nein, ich werde ja schwindelig. Ich bin nicht zu nah, dann geht es. Nicht zu nah. Weiter, bitte. Fartig, ihr habt gegessen, Bild. Nein, ihr seid so eine wilden Mäuse. Nicht so wild. Wer hat denn jetzt da gerade so Spaß? Indra und Yvette. Vorsicht, Vorsicht, Mäuse. Wo sind die Hunde? Ich habe die ganze Zeit noch ein paar Kettboden auf meinem Video. Ja, das ist zu heftig. Indra, oder? Indra kommt da daher geflitzt. Ivan, Ivan. Ivan, komm mal weg. Schau mal, was ich da habe. Ivan, schau mal. Du sollst den Bruder reinreißen. Ich habe einen Neuhausen-Snack für die Yvette. Ah, ich leg sie. Oh, der steht.